Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist der dritte Teil einer kleinen Serie, in der ich mich mit LED-Lampen befasse. Im ersten Teil habe ich gezeigt, wie man durch Überbrücken eines offenen Schalters mit einem Dus-Pol die LED recht stark zum Leuchten bringen kann. Im zweiten Teil habe ich die Installation gezeigt, bei der der Neutralleiter ausgefallen ist. Und in diesem dritten Teil zeige ich einen Fall, bei dem die LED, obwohl sie abgeschaltet ist, schwach nachleuchtet. Wenn Sie sich den zweiten Teil dieser kleinen Serie angesehen haben, werden Sie zu diesem Video sehr viele Parallelen finden, denn die Phänomene sind sehr ähnlich gelagert. In diesem Fall ist es also so, dass sich die LED zwar abschalten kann, sie aber ganz schwach nachleuchtet, so wie man das etwa hier in diesen Bildern erkennen kann. Schauen wir uns dazu eine Installation an, und zwar eine fehlerhafte Installation. Denn in diesem Fall wird der Neutralleiter geschaltet und nicht so, wie es eigentlich sein sollte, der Außenleiter. Wir sehen hier eine entsprechende Installation. Der Ausschalter befindet sich im Neutralleiter. In diesem Fall leuchtet natürlich die Lampe, da der Schalter geschlossen ist. Öffne ich nun den Schalter, so leuchtet die Lampe minimal nach. Genau darauf werde ich in diesem Video unter anderem genauer eingehen. Man sollte bei dieser Situation nicht vergessen, dass nicht nur das minimale Nachleuchten ärgerlich und auch nervig ist, sondern dass die falsche Installation grundsätzlich auch Gefahren birgt. Denn wenn die Lampe abgeschaltet ist, geht zumindestens der Laie natürlich davon aus, dass in diesem Bereich der Lampe keine Spannung gegenüber Erde besteht und berührt dann möglicherweise leichtsinnig Teile dieser Anlage, zum Beispiel bei der herausgedrehten Glühlampe, und wird dann feststellen, dass eben doch 230 Volt gegenüber Erde bestehen, was nichts anderes bedeutet, als dass er dabei sogar ums Leben kommen kann. Also grundsätzlich darf das natürlich niemals sein, dass der Neutralleiter geschaltet wird. Es ist immer der Außenleiter zu schalten. Hier ist das nun mal fehlerhaft durchgeführt. Bei einer festen Installation darf das niemals passieren. Es bleibt aber auch zu bedenken, dass sowas natürlich immer dann passieren kann, wenn die eigentliche Lampe, die LED in diesem Fall, über eine Steckverbindung mit dem Netz verbunden wird. Denn je nachdem, wie dann der Netzstecker in die Steckdose eingeführt wird, ist es durchaus häufig so, also quasi in 50 Prozent aller Fälle, dass dann der Neutralleiter geschaltet wird und nicht der Außenleiter. Diese Situation, auch wenn sie fehlerhafter herkommt, kommt dann eben in der Praxis bei Leuchtmitteln, die an Steckdosen betrieben, werden doch recht häufig vor. Im Folgenden schaue ich mir nun die fehlerhafte Installation einmal an, werde das Nachleuchten zeigen und auch das Überbrücken mit einem Duspol und einige weitere kleinere Phänomene. Wir sehen hier die fehlerhafte Installation mit dem geschalteten Neutralleiter. Mit einschaltender Energiezufuhr leuchtet die LED ganz leicht, obwohl der Schalter geöffnet ist. Ich kann diesen Effekt sogar noch verstärken, indem ich den Duspol einpolig an den offenen Neutralleiter an der LED anbringe. Der Effekt lässt sich auch verstärken, indem ich einen isolierten Draht nehme und an dieser Stelle halte und je nachdem, wie fest ich nun drücke, wird die LED dabei heller oder dunkler leuchten. Hier darf ich natürlich nur die Isolierung berühren, auf gar keinen Fall hier leitendes Material, das wäre sehr gefährlich. Im Folgenden werde ich nun den offenen Schalter mit einem Duspol überbrücken. Wir werden sehen, dass der Duspol dabei eine Spannung von etwa 160 Volt anzeigt und die Lampe recht stark leuchtet. Auch dieses Phänomen werde ich anschließend noch genauer erklären. Nehme ich den Duspol wieder weg, so wird die Lampe weiterhin schwach leuchten, obwohl der Schalter geöffnet ist. Ich schalte sie jetzt einmal voll ein. Sie leuchtet mit voller Helligkeit. Ich schalte die Lampe wieder ab. Wir sehen wieder das Nachleuchten, dass sich wiederum mit dem Duspol natürlich etwas verstärken lässt, wie wir ja bereits gesehen haben. Wir haben also nun folgende drei Situationen gesehen. Bei geöffnetem Schalter leuchtet die LED minimal nach. Wenn ich den Duspol an den offenen Schalter bringe, und zwar auf der Seite der Lampe, so wird dieser Effekt deutlich verstärkt. Die Lampe leuchtet immer noch sehr schwach, aber deutlich stärker als zuvor. Das gleiche Phänomen kann ich erzeugen, indem ich einen isolierten Draht an dieser Stelle halte, statt des Duspols. Und je nachdem, wie stark ich dabei drücke, wird die Lampe sogar stärker oder schwächer dabei leuchten. Ich möchte aber hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich in gar keinem Fall diese Stelle hier direkt berühren darf. Das darf also nur über eine sichere Isolierung passieren. Denn wenn ich diese Stelle berühre, direkt den Leiter berühre, so werde ich eine Spannung gegenüber Erde überbrücken. Das darf also auf gar keinen Fall passieren. Außerdem möchte ich hier darauf hinweisen, dass je nach Lampentyp dieses Phänomen möglicherweise auch nicht auftritt, denn manche Lampen sind schon genau dagegen geschützt. In diesem Bild werde ich nun erklären, wie dieses Phänomen zu verstehen ist. Wir sehen hier wieder den ersten Fall, bei dem die LED minimal leuchtet. Um diesen Fall zu verstehen, schaue ich mir aber zunächst den Fall an, in dem das Ganze stärker auftritt, nämlich indem ich den Duspol hier anbringe. In dieser Situation ist es ja nun so, dass das lose Ende des Neutralleiters über den Duspol und über den Menschen, der den Duspol berührt, mit dem Erdreich verbunden wird. Es gibt eine kapazitive Kopplung zur Erde. Die wird ja vom Duspol quasi absichtlich herbeigeführt, sodass der Duspol auch eine einpolige Messung ermöglicht. Der Stromkreis ist nun durchaus geschlossen. Wenn ich von der spannungserzeugenden Spule aus mir das Ganze ansehe, geht der Stromweg über diesen Pfad, über die LED, über den Duspol, den ich hier als Kondensator betrachte, über den Menschen zur Erde, über das Erdreich, hin zur spannungserzeugenden Spule. Und genau diese kleine Stromstärke, die dabei auftritt, reicht schon dafür aus, dass die LED ganz leicht glimmt. Diese Stelle kann ich im Grunde genauso betrachten wie hier, nur dass die kapazitive Kopplung über dieses lose Ende zum Erdreich erfolgt, denn es gibt ja immer eine gewisse kapazitive Kopplung zur Erde hin, von jeder Leitung aus. Das ist hier in diesem Fall sehr schwach, reicht aber tatsächlich für das minimale Leuchten schon aus. Ich kann diesen Effekt deutlich verstärken, indem ich diese Leitung einfach verlängere. Damit ist die Kapazität dieses Leitungsendes gegenüber Erde sehr viel größer geworden und die Lampe leuchtet stärker. Berühre ich nun auch noch diesen Draht, so habe ich in etwa wieder diese Situation. Und je nachdem, wie stark ich nun hier anfasse, wenn ich fester greife, leuchtet die Lampe heller, wenn ich nicht so stark greife, leuchtet sie etwas dunkler. So wird also dann der Stromweg mehr oder weniger stark kapazitiv über meinen Körper geschlossen. Ich kann also tatsächlich diese Situation, die ja durchaus störend ist, verstehen, indem ich mir klar mache, dass dieses lose Ende quasi die gleiche Wirkung gegenüber Erde hat, wie das auch der Duspol hat. Nur sehr viel schwächer. Schließlich möchte ich noch auf das Phänomen eingehen, dass beim Überbrücken des offenen Schalters die Lampe recht stark leuchtet. Das geschieht hier, wenn ich mit dem Duspol zweipolig messe, überbrücke ich den offenen Schalter und die Lampe leuchtet nun ja recht stark auf, wie wir bereits gesehen haben. Und der Duspol zeigt dabei eine Spannung von etwa 160 Volt an. Dabei muss ich mir nun einfach klar machen, dass ich mit Einbringen dieses Duspols diesen offenen Schalter überbrücke. Der Duspol hat ja nun auch einen bestimmten Widerstandswert und der ist nun in Reihe geschaltet zur LED. Es besteht nun also eine Reihenschaltung aus dem Widerstand des Duspols und der LED. Der Duspol hat einen deutlich höheren Widerstand als die LED. Dadurch fallen von den 230 Volt, die hier zur Verfügung stehen, 160 Volt am Duspol an und damit etwa 70 Volt an der LED, die dadurch ja nun recht stark aufleuchtet. Wie ich bereits am Anfang des Videos gesagt habe, kann natürlich dieses minimale Leuchten auch dann auftreten, wenn ich die Lampe über eine Steckverbindung an die Energieversorgung anschließe. Je nachdem, wie ich den Stecker einstecke, ist dann eben der Neutralleiter oder auch der Außenleiter geschaltet. Das ist natürlich ein sehr störendes Phänomen und genau dagegen kann man natürlich etwas tun mit einem sogenannten Entstörkondensator. Und genau das wird das Thema des nächsten Videos sein, wie man denn einen Entstörkondensator hier einbringen kann, so dass das Phänomen eben nicht mehr auftritt. Der Entstörkondensator wirkt auch noch gegen weitere Phänomene, unter anderem gegen das sogenannte Blitzen von LEDs. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das hier gezeigte Phänomen gut erklären. Ich hoffe, Sie werden der kleinen Serie weiter folgen. Ich hoffe natürlich auch, dass Ihnen das Video gefallen hat und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.